Warum nehmt ihr euch eigentlich nie mit jemandem normalen anfreunden, Ork? Ich wünschte, es könnte immer so bleiben, Liebste. Warum nehmt ihr mich eigentlich nie irgendwo hin mit, wo es nett ist? Danke, dass ihr euch nicht gegen mich gestellt habt. Das kam... unerwartet. Wisst ihr, ich könnte euch dabei vielleicht helfen. Das war's schon. Das ist das Letzte. Wenn ich mit diesem Schmierfink fertig bin, würde er sich wünschen, er hätte nie einen Stift angefasst. Hier auf der Rückseite steht etwas, Ork. Ich glaube, das sind irgendwelche Richtungsangaben. Wollen wir uns das mal ansehen? Und diese Reihe von Skulpturen trägt den Titel Miese Dreckskerle, die über das Sein der Moderne orientieren. Noch mal mehr. Ich bin... Ich habe... Ich bin... Ihr seid meiner Gastfreundschaft also schon überdrüssig. Wie bedauerlich. Es ist nicht so, dass wir eure Freundlichkeit nicht zu schätzen wüssten. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Ich bitte euch. Es ist noch zu früh, um meine Gäste gehen zu lassen. Ihr verpasst doch den Ö-Punkt der Feier. Damit kann ich leben. Nein, ich fürchte, das könnt ihr nicht. Lasst sie einfach gehen, Prosper. Ich bin es, die ihr wollt. Was ich will, ist dafür zu sorgen, dass ihr meinen Plänen nicht länger im Weg stehen könnt. Macht eure Arbeit und tötet sie, Chasent. Ist es nicht das, weshalb ihr ihr seid? So ist es. Haltet sie auf. Ich lasse die Tiere los. Ich lasse die Tiere los. Ich lasse das. Ich lasse die Tiere. Ich lasse die Tiere. Ich lasse das. ich bezweifle dass wir auf diesem weg hier rauskommen ich weiß nicht ein wenig schlösser knacken ein paar stunden zeit ihr habt vermutlich recht na das ist ja ganz reizend und was jetzt wir müssen wohl zurück und durch die höhlen die ich erwähnt hatte ich frage mich allerdings warum ist der leibwächter des herzogs so eigentlich hatte der herzog hat ihn zurückgelassen ich schätze das finden wir noch früh genug heraus schatz kam an ich frage mich was fast da hier drin aufbewahrt ich glaube wir müssen sie alle auf diese weise umdrehen so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020